Hohe Freunde, wir haben fertig. Zwei Rolligerüste. Je Gerüst ca. 4,5 Tonnen, ganz leicht verfahrbar. Hier Ausführung Modulgerüst von der Firma Scavum Rux auf besondere Spurkranzrollen aus Stahl. Und dieses Tunnelgerüst steht nachher auf Schienen und kann nachher durch den ganzen Tunnel ganz leicht von einer Person geschoben werden. Jedoch muss da beachtet werden, dass da, wenn das immer reut-reut ist, dass müssen Sicherungsposten nachher da sein, zum Stehen zu bleiben. Das Gerüst wurde wie immer bei uns üblich von Statiker gerechnet und am Ende des Tages umgesetzt für unsere Kunden deutschlandweit.